so hier habe ich diesmal von hotwheels ein 64er chevy impala auch den will ich mal auspacken weil er bei mir ist jetzt an der wand rumgehangen hat und dafür ist er zu schade und die verpackung sieht einfach nicht mehr schön aus ja chevy impala so wie man ihn kennt wer supernatural kennt ich glaube die fahren auch ein chevy impala aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig so hier ist ein richtig schönes modell kommt gleich zu meinen anderen in der vitrine oder ein richtig schönes spielzeug auto wenn ich den noch finden sollte irgendwo werde ich euch den verlinken ansonsten wünsche ich euch einen schönen tag ihr könnt gerne meinen kanal abonnieren bis denn dann